Was ich Ihnen jetzt mal vorführen möchte, sozusagen jetzt aus meiner eigenen Werkstatt, ich werde Ihnen eine Verteidigung einer anderen heterodoxen Position, also heterodox bedeutet eigentlich eine Abweicheposition, eine Minderheitenposition und das ist eine ziemlich radikale Minderheitenposition. Die These, die ich jetzt verteidigen werde, ist die folgende, dass nämlich das sogenannte Ex falso quadlibet, also dass eben A und Nicht-A folgt B, inkorrekt ist, aber aus einem viel radikaleren Grund, weil die Behauptung, meine Behauptung, die ist, aus A und Nichts-A kann nichts gefolgert werden, gar nichts, also praktisch gar nichts, außer nämlich das A und Nicht-A selber oder eine andere logische Falschheit. Also die These ist die, wenn Sie mit einer logischen Falschheit starten, dann ist meine These, können Sie aus dieser logischen Falschheit überhaupt nichts folgern, Sie können allenfalls die logische Falschheit nochmal hinschreiben oder eine andere logische Falschheit. Also außer einer logischen Falschheit kann nichts gefolgert werden, außer eine logische Falschheit selber. Das ist die These und da werden Sie sagen, das ist doch nicht so wild. Das ist insofern relativ wild oder wir werden gleich sehen, inwiefern das relativ wild ist, was da sozusagen, was da heikel daran ist. Es gibt nun zwei Begründungswege und ich möchte Ihnen diese Begründungswege vorschlagen und ob Sie die plausibel finden oder nicht, ist eine eine Frage. Also, das Erste ist, so wie ich die Logik hier aufgezogen habe, ist ja die Überlegung, ob ein Wahrheitstransfer stattfindet, also ob ein Schluss gültig ist, ja voraussetzt, dass die Prämissen wahr sein können. Ich habe Ihnen ja gesagt, wenn Sie testen wollen, einen Schluss, ob er wahr ist, dann müssen Sie sich überlegen, so, was wäre denn, wenn die Prämissen wahr sind? Ja, und dann können Sie schauen, wenn die Prämissen wahr wären, ist dann auch die Konklusion wahr und wenn das der Fall ist, dann sagen Sie, aha, da findet Wahrheitstransfer statt, alles in Ordnung. Also das setzt ja offensichtlich voraus, dass die Prämissen wahr sein können und was heißt so, das muss ja sowas heißen wie, dass es denkbar ist, dass sie wahr sind. Ja, sonst können Sie ja gar nicht testen, intuitiv, also so durch Nachvollzug. Das können Sie gar nicht testen, wenn die nicht wahr sein könnten, können Sie sich nicht fragen, ja, was wäre denn, wenn sie wahr wären? Ja, die können aber nicht wahr sein, dann können Sie auch nicht denken, dass sie wahr sein könnten. Sie können einfach nicht wahr sein, also es ist nicht denkbar, dass sie wahr sind oder Sie können es noch schärfer sagen, es muss logisch möglich sein, dass sie wahr sind. Wenn es logisch unmöglich ist, dann können Sie es nicht denken, so wenig wie Sie einen eckigen Kreis denken können, weil es logisch unmöglich ist, können Sie nicht denken, dass sie wahr sind. Und das ist nun mal bei logisch falschen Prämissen nicht der Fall und deswegen, so das Argument, kann ein Wahrheitstransfer gar nicht stattfinden. Das heißt, wenn Sie eine logisch falsche Prämisse haben, das ist der eine Typ bei den Paradoxien der Implikationen und nur den behandle ich hier, wenn das der Fall ist, dann kann daraus überhaupt nichts folgern, weil es nicht denkbar ist, dass sie wahr wären, das zentrale Charakteristikum der logischen Folgung aber der Wahrheitstransfer ist und deswegen dieser Wahrheitstransfer von vornherein ausgeschlossen ist, weil es sozusagen gar nicht die Quelle gibt von Wahrheit, von möglicher Wahrheit, aus der transferiert werden könnte. Also das ist jetzt eine ganz informelle Überlegung, also informell in dem Sinne, dass man da ansetzt, wo wir ganz am Anfang waren, wo wir uns logische Schlüsse angeschaut haben, zunächst mal geschaut haben, wie ist das, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man einen Schluss hat, der korrekt ist, der Wahrheitstransfer aufweist und wenn man auf dieser Ebene, die lang vor der formellen Entwicklung ist, wenn man auf dieser Ebene vorgeht, dann muss man feststellen, aha, bei den Paradoxien der Implikationen, bei denen die Prämissen eine logische Falschheit ist, dass dort dieser Gedanke des Wahrheitstransfer gar nicht vollzogen werden kann. Also das ist ein mögliches Argument, ob man das Argument für wichtig findet oder nicht, ist eine andere Frage, ich sage Ihnen nur das eine Möglichkeit, wie man sich sozusagen intuitiv mal daran herantasten kann, dass man sagt, oh, womöglich ist da wirklich was ein bisschen eigenartig, wenn die Prämissen eine logische Falschheit sind. Ein möglicher Gegenzug der klassischen Logiker wäre dann, dass sie sagen, wunderbar, ausgezeichnet, hervorragend. Das zeigt einfach, dass du mit deinen komischen Intuitionen, von denen du redest, nicht besonders weit kommst, nämlich für diesen Fall hast du keine Intuition, weil du eben sagen kannst, ja, ich kann ja den Wahrheitstransfer gar nicht, den kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Wunderbar, das heißt, du hast keine Intuition und jetzt haben wir eine wunderbare, einfache, klassische Logik, die füllt hier diese Lücke, indem sie was Sinnvolles einführt und sagt, hier, bitte, hier hast du deine klassische Logik, die für diesen Fall, der von deiner Intuition nicht abgedeckt ist, eine sinnvolle Lösung macht, eine sinnvolle Lösung in dem Sinne, dass ich dann ein sehr einfaches, geschlossenes Logiksystem bekomme. Also da könnte, so würde typischerweise ein klassischer Logiker vermutlich darauf reagieren. Das war die erste Überlegung. Also, wie gesagt, auch hier ist es wieder so schwierig, wenn man sich so anschaut, ja, auf wessen Seite soll ich hier stehen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. So, jetzt machen wir den zweiten Schritt. Und dieser zweite Begründungsweg, der wurde ausgelöst durch eine Diskussion mit Stephen Reed, das ist eine wirklich der international führenden Logiker, der kommt aus Schottland und ich war am Schreiben dieses Buches, war in 1992, ich weiß es nicht mehr genau, oder 1993 und der gab in Konstanz, hielt er einen Vortrag, der Stephen Reed und danach beim Abendessen und nach dem Abendessen habe ich lange mit ihm diskutiert und habe ihm erzählt von diesem Projekt und es gab mehrere interessante Reaktionen, Sie werden noch eine weitere Reaktion dann sehen. und der Stephen Reed ist sehr offen, ist ein Relevanzlogiker, vertritt also die These, dass die klassische Logik nicht in Ordnung ist, sondern dass man eine Relevanzlogik braucht, ist auch dort hinsichtlich Logikdingen sehr, sehr offen, also lässt sehr viel zu, ist für sehr viel bereit, das ist nicht bei allen Logiken der Fall, ist also bei Stephen Reed außerordentlicherweise der Fall, hat wirklich auch sehr interessante Bücher darüber geschrieben und der sagte zu mir, ach, das ist ja interessant, was du da sagst und Sie werden das finden, er war offensichtlich, das wusste ich nicht, damals auch am Schreiben eines Buches, war also vor 1994, Thinking about Logic and Introduction in the Philosophy of Logic bei Oxford erschienen, auf Seite 59 finden Sie diesen Gedanken auch, den er damals bei mir ausprobiert hat, wo er mir Folgendes gesagt hat, wer die Ableitbarkeit von B aus A und nicht A bezweifelt, muss angeben, welcher Schritt der folgenden Ableitung von A und nicht Abfeil B nicht korrekt sein soll. Sie können eventuell in Ihren Folien hier korrigieren, weil ich die Ableitung von A und nicht Abfeil B, also impliziert B, nicht korrekt sein soll. Also die Grundidee ist die, Sie müssen, Sie können, oder man kann es so sagen, Sie können dieses Paradoxe, diese paradoxe Implikation, A und nicht A folgt B, können Sie auflösen in Einzelschritte, nämlich, dass Sie noch Schritte dazwischen schieben, zwischen A und nicht A, und dann kommt am Ende erst B raus und dazwischen kommen Einzelschritte, und wenn insgesamt zwischen A und nicht A und B keine gültige Implikation gelten soll, müssen Sie angeben, welcher der Einzelschritte falsch ist, welcher der Einzelschritte nicht korrekt ist. Das ist die Grundidee. Und das ist deswegen, weil das A und nicht A folgt B, das ist sozusagen schon relativ komplex, dass man nicht so recht weiß, passt mir das, passt mir das nicht, und das zerlegt man in ganz elementare Einzelschritte, und dann muss man sagen, welcher der Einzelschritte nicht korrekt ist, und dann kommen mit viel größeren Schwierigkeiten, weil man dort dann merkt, dass man ziemlich hohe Opfer bringen muss, wenn man bei den Einzelschritten was leugnen will. Das ist der Trick, und damit hat er mich konfrontiert, hat gesagt, das soll ich ihm doch angeben. Ja, das wusste ich leider nicht, weil mir nicht klar war, dass das ein möglicher Einwand ist. Er kam dann auch noch mit dem weiteren Einwand, also das waren dann aber auch die beiden Einwände, die er hatte, und die führe ich Ihnen jetzt eben vor. Also, das Argument ist einfach folgendermaßen, Sie haben hier einen Schluss, von etwas auf was anderes, und er sagt, wenn du glaubst, der ist nicht gültig, dann führe ich dir diesen Schluss mal in Details vor, nämlich indem ich noch ein paar Schritte dazwischen schalte, und dann musst du mir sagen, welcher Schritt dieser Kette nicht in Ordnung ist. Denn sozusagen bei dem hier, bei dem Komplexen, wird man sagen, ja, ist vielleicht plausibel, dass das nicht gilt, aus irgendwelchen Gründen, und dann wirst du aber in ziemliche Schwierigkeiten kommen, wenn ich dir die kleinen Schritte vorführen, weil du dann sagen musst, welcher nicht in Ordnung ist. Und auch hier ist es übrigens so, dass dort die Logiker dann wieder verschiedener Meinung sind, also die verschiedenen Relevanzlogiker machen den Schnitt, wo was nicht in Ordnung ist, an verschiedenen Punkten. Und das hier ist jetzt nochmal, also meine Position hier, ist nochmal eine Minderheitenposition innerhalb der Relevanzlogiker, weil das die meisten Relevanzlogiker nicht mitmachen, was ich hier für richtig finde. Also, ich sage es Ihnen nur, also glauben Sie nichts, was ich hier sage, ich sage Ihnen, das ist einfach eine Stimme unter einem Konzert von Stimmen. So, und das Schritt geht jetzt folgendermaßen, das eher der erste Schritt ist hier, wir nehmen als Voraussetzung A und nicht A. Das wollen wir, weil wir schauen wollen, was daraus alles folgen kann. Und die Ableitung geht jetzt folgendermaßen, Sie folgern aus A und nicht A, folgern Sie A. Das ist ganz primitiv und sozusagen das Allereinfachste, denn es gilt ganz allgemein, aus A und B folgt A. Also, wenn Sie zwei Sachen behaupten, gleichzeitig, dann dürfen Sie ja wohl eines daraus folgen. Das ist der Schritt, den die allermeisten Logiker als unkontrovers nehmen. Das ist einfach, wenn Sie eine Konjunktion haben, dürfen Sie eines der Konjunktionsglieder daraus folgen. Das sollte also wasserdicht sein, das sollte keinen Ärger machen. Also, es gilt A. Dritter Schritt, jetzt gilt die folgende logische Folgerung, aus A folgt immer aus A oder B. In der klassischen Logik. Also, wenn Sie A haben, Hans geht in die Schule, dann folgt daraus auch, Hans geht in die Schule oder er hat eine Mutter. Folgt auch daraus. Also, das gilt in der klassischen Logik. Da ist der Punkt, wo manche Relevanzlogiker sagen, das akzeptiere ich nicht mehr. Und das machen die Relevanzlogiker deswegen, weil die Aussage A oder B, dieses B, natürlich keinen Zusammenhang hat mit der Prämisse. Da sehen Sie auch wieder, das ist jetzt einer, wo Sie sagen, wo die Wiederholung von A natürlich irrelevant ist, weil die Prämisse eben in der Konklusion dieses B drin ist und die Wiederholung sozusagen, die trägt zwar die Logik, aber nicht, die trägt zwar das Zwingende der logischen Folgerung, aber auf eine Weise jedenfalls, dass man unzufrieden sein kann. Aber Sie brauchen also, dieser Schritt ist jetzt auch ein Schritt in dieser Ableitung. Und eben manche Relevanzlogiker sagen, den akzeptiere ich nicht mehr, weil das B jetzt hier reinkommt und das B eigentlich mit der Prämisse nichts zu tun hat. Aber in der klassischen Logik ist jedenfalls dieses hier gültig, aus A folgt, also A oder B, weil das nennt man die Prämissenabschwächung, weil sie einfach weniger behaupten, als das, was sie in der Prämisse haben. Aber es ist ganz klar, wenn die Prämisse wahr ist, ist natürlich auch die Konklusion hier wahr, in dem Sinne von, dass dann A oder B war. Es ist ja weniger, was sie dann behaupten. Also das ist der dritte Schritt. Der vierte Schritt ist jetzt, aus erstens folgt dann aber auch, aus A und nicht A folgt aber auch nicht A. Genau wie bei zweitens. Also wenn Sie A und nicht A haben, dann können Sie sagen, okay, daraus folgt A. Sie können aber auch sagen, aus A und nicht A folgt nicht A. Was ja einfach der andere Teil der Konjunktion ist. Also wir haben also unter der Voraussetzung A und nicht A, haben wir zum Beispiel A, wir haben weiter A oder B und wir haben auch nicht A. So und daraus kann ich jetzt, wenn ich drittens und viertens zusammennehme, folgt B daraus. Also wenn ich drittens und viertens zusammennehme und zwar deswegen, das habe ich jetzt glaube ich hier, verbessert, nein, das ist jetzt noch nicht verbessert, ich habe in den Folien etwas noch hier verbessert, das liegt daran, wenn Sie drittens haben, also haben Sie A oder B, das steht hier, A oder B, aus viertens haben Sie nicht A, A oder B, das heißt ich kann das zusammennehmen und jetzt kann ich den Schluss machen, den kennen Sie, das ist Hans, Hans möchte Eis, oder Hans, ja, es gibt Eis oder es gibt Schokolade, es gibt aber kein Eis, also gibt Schokolade, das ist dieser Schluss, also können Sie daraus das B folgern und damit sind wir fertig, jetzt haben wir nämlich aus A und nicht A das B gefolgert, indem wir verschiedene Schritte durchlaufen haben. Also jeder Mann, jede Frau, die jetzt sagt, nein, ich möchte nicht, das B folgt aus A und nicht A, muss sagen, welchen Schritt bei dieser Ableitung er oder sie ablehnt. Sie müssen sagen, wenn Sie keinen ablehnen, dann müssen Sie einfach auch akzeptieren, dass aus A und nicht A B folgt. Sie müssen jetzt sagen, was ist falsch. Und wie gesagt, hier ist eine Möglichkeit, ein Einfallstor, wo manche Logiker nehmen, dass sie sagen, das hier ist nicht in Ordnung. Also aus A folgt eben nicht A oder B, das sei relevanzlogisch nicht akzeptabel. Okay? Also, das ist die Herausforderung, ich hoffe, Sie verstehen die Logik dieser Herausforderung. Wie gesagt, statt dass Sie direkt sagen, das eine folgt aus dem anderen, spalten Sie das auf in verschiedene Folgerungen und diese Kette müssen Sie irgendwo brechen und jetzt ist es übersichtlicher, welche Möglichkeiten des Kettenbruchs Sie haben. Also, wo ist die Sollbruchstelle und hier sehen Sie die verschiedenen Möglichkeiten. So, und jetzt ist meine heterodoxe Antwort, ist hier, dass bereits dieser Schritt nicht korrekt ist, dieses hier. Und jetzt erinnere ich mich auch, wie ich das dem Stephen Reed erzählt habe, also er hat mir das dann vorgeführt und dann habe ich gesagt, hier ist es, was mir hier nicht passt. Er hatte mir davor gesagt, es war ganz lustig, wir haben also über das Buch gesprochen und gesagt, oh, das ist ja toll, was du da machst, du machst da ein Buch und wenn das so ist, was du mir, was du hier versprichst, dass diese philosophischen Dinge in ein Lehrbuch der Logik reinkommen, da von dem Buch wirst du 50.000 Exemplare verkaufen. Und wie wir dann an diesem Punkt waren und er dann sah, was hier meine Position ist und sagte, er korrigiert sich jetzt von diesem Buch, wirst du höchstens 500 Exemplare verkaufen. Also, die Relevanzlogie, die haben also wirklich auch Karriere-Schwierigkeiten, also das ist einfach eine Minderheitenposition und die nicht in Ordnung ist und das hier ist jetzt noch eine Minderheitenposition innerhalb der Minderheitenmeinung und die These, die ich jetzt verteidigen möchte, ist die, dass dieser zweite Schritt, das also aus A und nicht A, A folgen würde, ist nicht korrekt. Und das ist jetzt deswegen ziemlich schlimm, weil es normalerweise niemand innerhalb der Relevanzlogik bestreitet, dass sie aus der Regel A und B A nicht folgern dürfen. Das ist also sozusagen, da hat man das Gefühl, also das ist wirklich in Ordnung. Also dieser Schritt hier, A und B folgt A, das ist eigentlich in Ordnung und ich behaupte jetzt, nein, das ist nicht allgemein in Ordnung. Und das ist was, wo die Logiker dann also den Kopf zu schütteln beginnen und dann fragen, spinnt der? Meine These ist, die bisher unangefochtene Rege gilt nicht allgemein, sondern es gibt Fälle, für die sie nicht gilt. Und das hat bisher noch niemand, also noch niemand weiß ich nicht, aber das ist jedenfalls ganz ungewöhnlich. Das scheint in der allgemeinen Logikdiskussion, also in der jetzt der Relevanzlogik, das ist also merkwürdig. Und da war dann auch der Stephen Reed doch sehr überrascht und Sie werden dann nachher noch ein weiteres Argument sehen, das er mir dann präsentiert hat, mit dem ich im Moment dann damals in Konstanz gar nichts anfangen konnte, ich werde aber noch Ihnen im Detail zeigen. Also, das ist jedenfalls was, womit er nicht gerechnet hat, er hat mir das also vorgeführt und wie gesagt, die meisten Leute reagieren dann hier oder sehr viele jedenfalls, dass man das rausschmeißen will und dann eben eine Logik entwickelt, in der diese Folgerung, der Schluss von A auf A oder B nicht mehr erlaubt ist. Und hier ist also meine Behauptung, die bisher unangefochtene Regel A und B folgt A gilt nicht allgemein. Heißt nicht, sie gilt niemals, überhaupt nicht, sondern sie gilt meistens bis auf einen Fall, einen Typ von Fall. Und die Begründung, die ich Ihnen jetzt vorbringen werde, enthält zwei Argumente, die Sie erst sehen müssen, damit ich dieses Argument überhaupt durchziehen kann. Erstens, das erste Teil des Arguments, den wir nochmal anschauen wollen, den ich Ihnen früher schon entwickelt habe, mit logischen Falschheiten lässt sich nichts behaupten. Also wenn Sie, das war die lange Diskussion dort, bei der logischen Falschheit, dass ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie eine logische Falschheit haben, dann ist das sozusagen natürlich ein Gebilde, das innerhalb der Logik seinen Platz hat, auch innerhalb der deutschen Sprache seinen Platz hat. Man muss sich aber klar machen, dass man diese Sätze, die logische Falschheiten sind, keine Behauptungen artikulieren können. Sie können mit denen irgendwie anders rumspielen mit solchen Sätzen, Sie können sie aber nicht dazu benutzen, um was zu behaupten. Das ist so, das scheint mir klar zu sein. Das ist das Erste. Und jetzt kommt etwas, was alle Logiker eigentlich akzeptieren, nicht nur eigentlich, sondern wirklich alle Logiker akzeptieren, das ist der Witz, jedenfalls der Logik-Tradition hier, das ist anders, wenn Sie Logik verstehen, im Sinne von Hegel beispielsweise, aber im Sinne der formalen Logik ist das etwas, wo, glaube ich, wirklich alle Logiker einverstanden sind, nämlich korrekte logische Schlüsse sind nicht ampliativ. Ampliativ bedeutet Gehaltsvermehrend. Und das heißt, Sie sind nicht ampliativ, das heißt, Sie finden in der Konklusion nichts, was Sie nicht schon in den Prämissen finden. Das ist die Grundidee. Das Nicht-ampliativ sein. Also wenn Sie sich eben fragen, worin besteht das Zwingende des logischen Schließens, dann ist eben die Vorstellung, wie in der formalen Logik, das liegt daran, dass in der Konklusion in irgendeiner Weise nur etwas wieder behauptet wird, was Sie bereits in den Prämissen haben. Deswegen spricht man auch in der Logik dann häufig, dass Sie tautologisch sei. Tautologisch bedeutet, Autonlegene heißt, genau das Gleiche nochmal sagen, das Gleiche behaupten. Also tautologisch bedeutet, dass man das Gleiche sagt, also A ist A, das ist die Standard-Tautologie. Sie sagen einfach das Gleiche nochmal. Und in diesem Sinne ist die Logik tautologisch, als die Konklusion eben nichts Neues, nichts behauptet, was seinem Gehalt nach über die Prämisse hinausgeht. Wie könnte es auch sein, wenn es da einen Wahrheitstransfer geben soll? Wie könnten die Prämissen etwas stützen, was nicht schon in irgendeiner Weise in Ihnen drinsteckt und was durch den logischen Schluss lediglich ans Licht kommt? Also die Logik ist nicht gehaltsvermehrt oder nicht impliativ. Das heißt, die Konklusion kann nichts enthalten, was nicht schon in den Prämissen enthalten ist. Das ist etwas, so wie es da steht, dem Wortlaut nach, was denke ich, alle Logiker also dieser Tradition der Logik behaupten würden. Die Logik ist nicht ampliativ. So. Das Erste ist auch keine Standardweisheit. Das ist nicht so, dass Sie in allen Logikbüchern das finden, dass Ihnen gesagt wird, dass man mit logischen Behaupten, mit logischen Falschheiten nichts behaupten kann. Also schon darüber ließen Sie sich eventuell streiten oder lässt sich streiten. So, betrachten Sie jetzt A und nicht A folgt A. Ja, das ist also ein Spezialfall wieder. Wir hatten ja ursprünglich A und nicht A folgt B und jetzt betrachte ich mal diesen Schluss A und nicht A folgt A. Das ist dieser Schritt hier oben. Ah, jetzt habe ich natürlich die Folie hier auch nicht mehr. Komisch, es deckt sich hier mit dem, was ich auf dem Bildschirm habe. Also wir hatten ja den zweiten Schritt dort, dass wir bei der Ableitung dann aus A und nicht A A gefolgert haben. Und ich behaupte ja, dieser Schritt funktioniert nicht und den schauen wir jetzt mal an. Und jetzt schauen Sie sich die Prämisse mal an. Die Prämisse ist eine logische Falschheit und nach diesem ersten Schritt, nach diesem Element, ist es so, dass Sie mit der logischen Falschheit nichts behaupten können. Also, Sie können, es lässt sich nichts behaupten, aber mit der Konklusion lässt sich was behaupten, außer das A wäre schon eine logische Falschheit. Aber nehmen wir an, das ist ein normaler Satz, also wie heute regnet es so, das regnet nicht. Dann stellen Sie fest, dass die Prämisse eine logische Falschheit ist, also ein Satz, mit dem sich nichts behaupten lässt, aber dass die Konklusion ein Satz ist, mit dem sich etwas behaupten lässt. Und demnach wäre der Schluss ampliativ. Weil Sie die Prämisse etwas enthält, die enthält das Potenzial für eine Behauptung. Und die Konklusion enthält das Potenzial für eine Behauptung. Die Prämisse enthält das Potenzial für eine Behauptung nicht. Insofern wird man sagen, wäre der Schluss ampliativ. Also, auch da kann man sich jetzt wieder streiten, ob ich jetzt hier da rumschummle, dass ich das Wort ampliativ plötzlich verwende in irgendwelchen Zusammenhängen, für die es nicht gemacht worden ist. Aber das ist hier das Argument, dass man sagt, der Schluss ist eigentlich ein ampliativer Schluss und ist deswegen kein für die Logik zugelassener Schluss, weil Sie eben, wie gesagt, mit der Prämisse nichts behaupten können, aber mit der Konklusion können Sie was behaupten. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das zeigt also, das widerspricht dann dem Kriterium 2. Der Schluss kann demnach kein korrekter Schluss sein, weil es diesem zweiten Element widerspricht, dass korrekte logische Schlüsse nicht ampliativ sind. Wie gesagt, auch das ist nicht so, dass man dagegen keine Einwände vorbringen kann, weil in gewisser Weise kann man sagen, das Ampliativ ist anders gemeint, mein lieber Freund. Das Ampliativ ist so gemeint, dass der Gehalt, der Inhalt, irgendwie, dass der nicht vergrößert werden darf, während du ja gar nicht über den Inhalt redest, bei dem Nicht-Ampliativen, sondern eine andere Eigenschaft nimmst, nämlich, dass der eine, dass man nichts damit behaupten kann und mit der Konklusion kann man was behaupten und das eigentlich, das im Ampliativ oder nicht im Ampliativ seiner Logik darauf nicht erstreckt. So könnte jetzt jemand argumentieren wieder dagegen und ich wüsste dann nicht genau, was ich sagen soll. Ich würde sagen, mein Verständnis von Ampliativ deckt das ab. Naja, also wie gesagt, das ist, Sie sehen, Sie kommen einfach in so Diskussionen rein, wo man dann merkt, dass es sehr, sehr schwierig wird, also wirklich ein absolut schlagendes Argument zu formulieren. Also danach wäre mit diesem Argument diesen beiden Elementen der Begründung und die beiden Elemente der Begründung so verwendet, was wieder kontrovers sein mag, wäre der Schluss, demnach kein korrekter logischer Schluss. Statt dieses üblichen Satzes Ex-Kontradiktione Quodlibet, also aus einer Kontradiktion können Sie alles folgern, nämlich aus A und nicht A können Sie ein beliebiges B folgern, B sei, was es wolle. Statt diesen Satzes muss es also heißen Ex-Kontradiktione Nihil. Das ist jetzt die Ersetzung, womit man sozusagen das ganze Mittelalter dann auch noch an Bord nehmen kann mit einer lateinischen Formulierung. Das ist kein Argument, nur dass wir uns darüber im Klaren sind, das ist nur Blumen im Fenster und sonst gar nichts. So, und jetzt müssen wir das anschauen, warum, ob man da irgendeinen Reim draus machen kann aus dieser Behauptung, die ich jetzt begründet habe und die sieht jetzt folgendermaßen aus, dass die Operation an eine normale Aussage, so normal, was immer, das ist einfach so eine normale wie das Haus ist groß, Aussage mit einer Konjunktion ein B anzuhängen, die ist natürlich normalerweise erlaubt und unproblematisch. Wenn Sie an A ein B anhängen, also Hans besitzt ein Haus und Hans ist verheiratet, da ist natürlich das völlig unproblematisch, dass Sie die an die eine Aussage, dass er ein Haus besitzt und dass er verheiratet ist, dass Sie das zusammennehmen und daraus eine Aussage machen und jemand, der sich für Hans interessiert, möchte halt vielleicht beides wissen. Ja, und dann sagt man, das machen wir im Deutschen, das ist ganz normal, das ist sozusagen überhaupt kein Problem. Sobald aber, das ist jetzt meine Behauptung, Sie für dieses B, dass Sie also konjunktiv, und das ist hier übrigens falsch im Manuskript, da steht nämlich adjunktiv, dranhängen, ach, das war hier schon, mit der Konjunktion, also im Ausgedruckten ist es hier, A, mit der Konjunktion ein B anzuhängen, da steht dort adjunktiv und das ist natürlich falsch, Konjunktiv lässt sich dann nicht schön sagen, also das müssen Sie in den Folien korrigieren. Also, sobald Sie also jetzt an das A, aber per Konjunktion ein Nicht-A anhängen, tritt ein besonderer Fall auf, meines Erachtens, weil Sie durch das Anhängen, durch das Konjunktiv angehängte Nicht-A, ja die behauptende Kraft des A zerstören. Das passiert nur für diesen Fall, dass Sie eben das Nicht-A anhängen oder Sie können auch ein B anhängen, aus dem das Nicht-A folgt, der einfachste Fall ist, Sie hängen einfach adjunktiv das Nicht-A an, dann ist das ein singulärer Fall, Sie können die beiden nicht mehr so separat betrachten, wie Sie sagen können, okay, ich nehme hier, der Hans hat also verheiratet und der Hans hat noch, es sind zwei separate Sachverhalte und ich kann die Aussagen, die die formulieren, natürlich zusammen formulieren, und ich kann sie aber auch auseinandernehmen. Sie machen aber in dem Moment, wo Sie an ein A, das Nicht-A anhängen, wenn Sie das gleichzeitig behaupten, passiert eben was Besonderes, das implodiert sozusagen, weil Sie die behauptende Kraft von dem A mit der weiteren Aussage eben zerstören, wenn Sie es konjunktiv dranhängen, Sie haben dann eben eine logische Falschheit, mit der können Sie nichts mehr behaupten und das ist natürlich normalerweise nicht der Fall, wenn Sie einfach zwei völlig harmlose Aussagen da aneinanderhängen, per Konjunktion, dann sagen Sie, ja, da behaupte ich eben jetzt beides, behaupte ich eben mehr und davor behaupte ich weniger mit jeder Einzelne. Das ist aber was anderes, sobald dieses B das Nicht-A ist, weil Sie damit eben was machen, womit Sie keine Aussagen mehr machen können. Das ist eben ein wirklich singulärer Fall, weil dann die behauptende Kraft von A und B zerstört wird. Die ist einfach dann weg, das A und B sind normalerweise genauso gut eine Behauptung wie das A und das B auch, das sind einfach Behauptungen, aber in dem Moment, wo Sie das B, was nehmen, was logisch dem A widerspricht, dann zerstören Sie das Ganze und das Ganze ist eben, dass das kollabiert nach innen. Das ist der Punkt oder das ist das, was ich hier beobachte und beachte. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, du machst aber hier was ganz Merkwürdiges oder du führst hier jetzt so einen speziellen Sonderfall ein und behauptest da irgendwelche großen Geschichten, dann würde ich sagen, auch im formalen Bereich gibt es das, das ist bei der Division durch Null. Also die Division ist eine wunderbare Operation, die Sie machen können, Sie dürfen bloß nicht durch Null dividieren. Für Null ist es nicht definiert. Das ist also nicht etwas, also wo wir jetzt formal auf der formalen Ebene sagen können, jetzt spinnst du ja hier total oder jetzt darf ich das nicht mehr machen, was ist denn das für ein komischer Fall? Nein, 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 bei der Division auch schon so. Die Division durch Null ist einfach nicht definiert und zwar wirklich ernsthaft, das gilt nicht mehr für die Mathematik auf dem Gymnasium, sondern das gilt wirklich. Ich sage das sozusagen mit einer gewissen Distanz, weil nicht alles, was man in der Mathematik auf dem Gymnasium lernt, dann so ist, wie es in der wirklichen Mathematik ist. Aber die Vision durch Null ist wirklich etwas, was nicht funktioniert. Das ist wirklich undefiniert. Das ist nicht einfach irgendwie so ein bisschen verboten, weil irgendjemand das nicht mag, sondern es macht einfach keinen Sinn. Niemand weiß, was es heißen soll, eins dividiert durch Null. Das hat einfach keine Bedeutung. Sie können ihm auch beim besten Willen keine Bedeutung einblasen. Sie können nicht sagen, okay, dann tun wir sie halt da irgendwie erweitern, die Division. Macht ja nichts, dafür haben wir keine Intuition, dann haben wir halt einen Formalismus, der mir hier eine gute Zahl gibt. Sie können da auch nicht ohne weiteres einfach unendlich hinschreiben. Das funktioniert nicht so in der Mathematik, das geht einfach nicht. Also insofern, was ich hier nur sage, ist natürlich nur ein persuasives Argument, jetzt kein strenges Argument. Das Einzige, was ich sage, ist die Behauptung, dass A und nicht A eben ein singulärer Fall ist, der die Möglichkeit, logische Folgerungen aus A und nicht zu ziehen, zerstört, ist nicht etwas, was jetzt auch in der mathematischen Betrachtung sozusagen ein absoluter Irrläufer ist. Sowas gibt es auch sonst. Sowas tritt auf. Aus dem Division, da gibt es einen Fall, da darfst du nicht durcheinander dividieren. Wird jemand sagen, der sozusagen nur die Addition kennt, der sagt, was? Hä? Das ist doch ganz unmathematisch, das ist doch völlig idiotisch. Ja nun, die Operationen sind eben verschieden und die Division ist nun mal so, dass die Division durch Null eben etwas wirklich, der Sache nach, wirklich undefinierbares ist, undefiniertes und undefinierbares ist und dass das eben wäre die Behauptung jetzt hier bei dieser Konjunktion von A auch zu nicht A oder nicht A zu A, dass das dort auch so ist, dass eben dort was entsteht, was dann keine Legitimation mehr besitzt. Eines letzten Endes ist das natürlich kein schlagendes Argument, sondern das ist nur ein Argument, wenn man sagt, oh, das ist aber so merkwürdig, da will ich mich gar nicht dran gewöhnen. Das will ich gar nicht sozusagen mir wirklich mal reinziehen und schauen, ob ich damit leben kann. Das ist so weit weg und dagegen kann man sagen, nee, pass mal auf, so weit weg, es gibt eine gewisse Parallele mit der Division durch Null. Also das ist nicht etwas, dass man sagt, also sowas, das gibt, das kann doch nicht sein, mein Lieber. Also es gibt so Situationen, dass es in der Mathematik singuläre Fälle gibt, die dann separat behandelt werden müssen in irgendeiner Weise. Also ich habe es ja auch vorsichtig gesagt, es besteht eine gewisse Parallele und wie weit die dann geht, ist wieder eine eventuell kontroverse Frage. Und wichtig ist allerdings, dass wenn Sie ernsthaft schauen, also es gibt, sogenannte Parakonsistente Logiken, die sind etwas anders, aber in den allermeisten Fällen will niemand ernsthaft aus A und nicht A etwas ableiten. Weder A noch nicht A noch B. Und zwar deswegen, weil es völlig uninformativ ist. Also wenn Sie anschauen, sozusagen in der Praxis der Logik, auch in der Informatik, wenn das verwendet wird, dann will das niemand machen. Also und ich sage nur, es ist auch verboten. Das ist einfach der Unterschied. Die anderen sagen, es ist nicht verboten, aber benutzen will ich es nicht. Ich habe nichts davon. Im Gegenteil, ich möchte natürlich schauen, dass ich es nicht drin habe, weil ich eben, wie gesagt, sobald Sie in die Prämissenmenge, sobald die inkonsistent ist, also Sie sozusagen A und nicht A drin haben, können Sie einfach beliebiges folgern, sodass jede behauptete Folgerung ininformativ ist. Sie können einfach mit einem logisch inkonsistenten System nichts anfangen. Jedenfalls in der klassischen Logik. Es gibt dann noch, wie gesagt, die parakonsistenten Logiken, die dann noch damit auch noch umgehen und sozusagen den Widerspruch irgendwie einkapseln und dafür sorgen, dass Sie eben gerade nicht alles folgern können, sondern den irgendwie sozusagen so ein bisschen isolieren, nicht wirklich rausschmeißen als verboten, aber sozusagen ein bisschen isolieren, dass Sie immer noch vernünftige Sachen machen können. Okay. Jetzt kommt der zweite Einwand, den mir Stephen Reed ist soweit klar. Wie gesagt, ich mache Sie darauf aufmerksam, das sind jetzt alles so Argumente, die so schwierig werden, die nicht mehr so glasklar sind, deswegen gibt es eben auch die Diskussion drüber und diese Argumente, die haben alle den Charakter wirklich, wie es in der Philosophie immer zugeht. Dass Sie Argumente haben, wenn Sie sich die dann genau anschauen, dann können Sie sagen, dann sind Sie mal drei Tage lang und sagen, das ist absolut überzeugend, das ist absolut wasserdicht, an dem Argument komme ich nie mehr vorbei und dann drei Tage später schauen Sie sich an und sagen, ja, meine Güte, stimmt das wirklich? Und dann, so ist die sozusagen lebendige philosophische Auseinandersetzung, die Sie wirklich zurückverfolgen können, mindestens bis zu Platon und Sokrates, so ist das, dass man da mit Argumenten konfrontiert wird, die einfach nicht diese absolute Durchsichtigkeit haben, wie Sie sie innerhalb der Mathematik haben und wie Sie sie auch innerhalb der Logik haben. Sobald Sie sozusagen in diesen Bereich reingeht, wo es dann eben sogenannte Philosophie wird, dort wird das so, da wird das nicht mehr so absolut glasklar, sondern da haben Sie irgendeine Klarheit und dann kommt wieder jemand mit einem anderen Einwand und dann kollabiert Ihnen die Klarheit wieder. Da ist die, der Spruch wäre, alle Klarheit in der Philosophie ist transitorisch, ist nur vorübergehend. Und das ist nun mal so und das kann ich eben hier Ihnen jetzt an diesen Dingen vorführen. Jetzt der nächste Einwand, den Stephen Reed dann gemacht hat, wo ich also im ersten Moment dann gedacht habe, oh je, jetzt ist die Geschichte aber gegessen hier mit meiner tollen Idee, mit diesem A und nicht A, dass da nichts daraus folgt. Und das ist ein wirklich schwerwiegender Einwand, der mich dann auch einige Zeit gekostet hat, bis ich mit dem fertig geworden bin. Im ersten Moment dachte ich, oh weh, jetzt, denn das war von dem Stephen Reed, ich sagte es Ihnen, das war immer sozusagen freundschaftlich kollegial gemeint, das war bei dem so, das hat man sofort gemerkt, der ist sozusagen, im Prinzip freut er sich, dass er mal mit jemandem auch wieder diskutieren kann, der da dann auch komische Ideen hat und der da bereit ist zu diskutieren, während viele klassischen Logiker gar nicht bereit sind, auf so eine Diskussion einzusteigen. Ich hatte es Ihnen ja erzählt von Quine, der dann irgendwann mal in so einer Situation sagte, also der große Logiker Quine, der sagte, er mag es einfach nicht und wo man genau gemerkt hat, er hat einfach keine Lust, darüber zu reden. Also, der Einwand war folgendermaßen, war die Frage nämlich, ob man mit der These, dass man aus A und nicht A nichts gefolgert werden kann, also außer wieder logische Falschheiten, verliert man damit nicht die Möglichkeit des indirekten Beweises. und Sie werden sich vielleicht aus der Schule erinnern, es gibt den sogenannten indirekten Beweis, ich werde Ihnen gleich genauer sagen, worin der besteht, das ist eine Beweismethode, ohne die diejenige Mathematik, die heute der Mainstream ist, nicht leben kann. Also, wenn jemand jetzt, wenn ein Logiker jetzt behauptet, irgendetwas, was sagen würde, was als Konsequenz hätte, dass man den indirekten Beweis nicht mehr führen kann, dann sind die Mathematiker natürlich alle an der Decke, weil sie sagen, das kann ja wohl nicht sein, du möchtest ja wohl nicht uns den indirekten Beweis wegnehmen, weil das eine Beweismethode ist, auf die man in der Mathematik, jedenfalls in der heute dominanten Form der Mathematik, muss man immer dazu sagen, nicht verzichten kann und die auch absolut überzeugend sind. So, was ist der indirekte Beweis? Wer erinnert sich nicht mehr an, ich muss umgekehrt sagen, wer erinnert sich aus der Schule noch an den indirekten Beweis? Ah ja, immerhin zwei, drei, gut, also das ist Ihnen nicht geläufig, gut, hätte ich jetzt nicht gedacht, das wüssten Sie noch. Ecke, ich erzähle es Ihnen sowieso. Also es geht folgendermaßen, ich sage es Ihnen erst verbal, da ist es dann nicht überzeugend und dann zeige ich es Ihnen formal, warum das wirklich eine absolut überzeugende Beweismethode ist. Also der indirekte Beweis, der sagt, geht folgendermaßen, nimm das Gegenteil des zu Beweisenden an und folge daraus einen Widerspruch. Also wenn Sie sagen, hä, das soll ein indirekter Beweis sein. Also die Meinung wäre die, wenn Sie folgendes machen können, Sie wollen also irgendein A beweisen und dann nehmen Sie das Gegenteil davon an und zeigen, dass aus diesem Gegenteil absoluter Unsinn folgt, der nicht sein kann. Dann folgt daraus, so der indirekte Beweis, die Wahrheit des Gegenteils von dem, was Sie angenommen haben. Also nimm das Gegenteil des zu Beweisenden, Sie wollen A beweisen, dann nehmen Sie nicht A an, zeigen, dass aus nicht A Unsinn folgt und sagen, deswegen muss ja wohl A wahr sein. Und das ist eben ein indirekter Beweis, weil Sie nicht direkt auf das A losgehen und sagen, hier kriegst du den Beweis, dass das A wahr ist, sondern ich zeige dir, wenn du das Gegenteil von A annimmst, und zwar das genaue Gegenteil, also das kontradiktorische Gegenteil, wir kommen auf den Begriff noch zu sprechen, also die Negation davon, wenn du das machst, dann ist es unmöglich, damit zu leben, also musst du mit A leben. Und jetzt zeige ich Ihnen das noch, das ist sozusagen, ich weiß nicht, ob ich Sie jetzt intuitiv schon erreicht habe, dass Ihnen das plausibel ist, ich zeige es Ihnen noch formal jetzt. Also, wir hätten eine gewisse Prämissenkonjunktion und wir haben eine zu beweisende Behauptung B. P für Prämissenkonjunktion und B für Behauptung, die zu beweisen ist. Also, das ist die Situation. Also, das wollen wir machen. Jetzt wollen wir den Beweis führen auf der Grundlage von P, dass B wahr ist. Und jetzt geht der indirekte Beweis folgendermaßen, dass ich sage, also, aus P zusammen mit nicht B, also wenn du die Prämissen nimmst und dazu die Negation des zu Behauptenden nimmst, dann folgt daraus ein Widerspruch. Dass die Behauptung, so würde der indirekte Beweis funktionieren. Also, es bedeutet folgendermaßen, Sie sagen, der indirekte Mechanismus des indirekten Beweises wäre der, wenn ich zeigen kann, dass aus P und nicht B ein logischer Widerspruch folgt, dann ist daraus die Wahrheit von B bewiesen. Das sehen Sie jetzt nicht auf Anhieb, das zeige ich Ihnen jetzt nämlich. Ich sage Ihnen nur, das ist das Prinzip des indirekten Beweises, jetzt formal hingeschrieben, nimm die Prämissen, nimm dazu die Negation des zu Beweisenden, folgere daraus einen logischen Widerspruch, den ich habe jetzt einfach geschrieben, C und nicht C und die Behauptung ist, dass wenn dir das gelingt, das hier zu machen, das dir dann gelungen ist, den Beweis für B zu führen. Das sehen Sie jetzt nicht auf Anhieb, deswegen zeige ich Ihnen jetzt. Also nehmen wir an, das ist Ihnen gelungen. Also was Sie machen ist, Sie ändern einfach die Aufgabe. Die ursprüngliche Aufgabe ist, hier kriegst du P, beweise B. Und dann sagt jemand, ich denke nicht daran, diese Aufgabe zu lösen. Ich löse eine andere Aufgabe, nämlich, ich nehme P und nicht B und beweise dir daraus, dass ein Widerspruch ist. Dann habe ich auch die ursprüngliche Aufgabe gelöst. Und das sehen Sie jetzt nicht auf Anhieb, jetzt zeige ich Ihnen, wie das geht. Nehmen wir also an, also, wenn dieses hier gilt, dann ist P und nicht B logisch falsch. Sie können nur aus einer logischen Falschheit eine logische Falschheit beweisen. Also, wenn dieses hier logisch falsch ist, dann ist die Negation davon logisch wahr. Also, wenn P und nicht P, das ist dasselbe wie hier, wenn das logisch falsch ist, das folgt aus dem hier, dann ist dieses hier, die Negation davon, logisch wahr. Das ist eine logische Wahrheit. Wenn nicht P und nicht B logisch wahr ist, dann ist P Pfeil B, denn das ist die Abkürzung der materialen Implikation, falls Sie sich erinnern, dann ist P Pfeil B logisch wahr. Das ist nichts anderes als P Pfeil B. Die Wahrheit von P Pfeil B ist aber nichts anderes als die logische Wahrheit von, also P Pfeil B, die logische Wahrheit ist nichts anderes als die logische Folgerung von P aus P. Das ist das formale Gerüst des indirekten Beweises. Sie staunen. Also, den indirekten Beweis, Sie können sich sozusagen, falls Sie es mit der ersten Formulierung so ganz intuitiv sich klar machen, ist es schon wunderbar, wenn Sie etwas Formales suchen, dann ist es eben so, dass der indirekte Beweis eben sagt, statt direkt B aus P zu folgern, folgere ich aus P und nicht B einen logischen Widerspruch und das ist genau das gleiche wie den Beweis zu führen für B und das sehen Sie einfach hier, weil die logische Falschheit hiervon eben bedeutet, dass dieses hier logisch wahr ist, dies ist aber nichts anderes als P Pfeil B logisch wahr und das ist nichts anderes als das logische Folgerung von B aus P. So, was ist die Katastrophe für das, was ich behauptet habe? Da kommt hier noch was. Ja, also, das indirekte Beweisen nutzt also das Folgern aus dem logischen Widerspruch. Sie sagen ja hier, dieses hier sei logisch falsch, also P und nicht B sei logisch falsch, daraus folgern Sie dann. irgendwas und das war der Einwand von Stephen Reed ist, wenn du sagst, dass man aus einem logisch Widersprüchlichen, also auch nicht B nichts folgern darfst, dann zerstörst du die Möglichkeit des indirekten Beweises. Ja, und das ist, willst du diese Konsequenz tragen? Ja oder nein? Das war einfach die Herausforderung. Sag mir, was du damit anfängst. Du zerstörst die Möglichkeit des indirekten Beweises. Und wie gesagt, ich muss zugeben, ich war damals sprachlos, habe nur gesagt, okay, gut, dass ich mit Ihnen geredet habe, freut mich sehr, ich weiß nicht, was ich sagen soll, muss man einfach erst überlegen, was hier ist. Also das indirekte Beweise, der nutzt das Folgern aus dem logischen Widerspruch und das wäre nach der These verboten. Und das wäre wirklich also ziemlich schlimm. Also wenn man so ein bisschen heterodox ist, das geht ja, aber wenn man dann sagt, als Logiker hätte man eine höhere Einsicht, dass der indirekte Beweis der Mathematik verboten ist, also auch in den einfachen Fällen, ohne dass Unendlichkeit reinkommt, also dann ist man mit einem Schritt im Irrenhaus. Also das ist dann schon ein bisschen sehr heikel. So etwas sollte man sich schon sehr genau überlegen. So, naja, was machen wir dann? Nun ja, tatsächlich ist aber, das habe ich dann erst genau nachgemerkt und das hat also Stephen Reed dort in dem Moment auch nicht gemerkt, ich habe es auch dann ziemlich lang gebraucht, tatsächlich ist der indirekte Beweis mit dieser These, dass man aus A und B, A und nicht A, nichts folgen dann verträglich. Das ist überhaupt kein Problem. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch zeigen. Nämlich, jetzt sei irgendeine komplexe Formel A gegeben, irgendeine, und es sei unbekannt, ob das eine logische Falschheit ist oder nicht. Sie haben also irgendeine Prämisse in irgendeine Prämissenkonjunktion oder sonst irgendwas, dann haben eine riesenlange Formel und Sie haben keine Ahnung, ob es eine logische Falschheit ist oder nicht. Also ich führe jetzt die Begründung dafür, wieso der indirekte Beweis möglich ist. Nehmen wir das mal an, wir haben sowas, dann legen wir mal los. So, jetzt ziehen Sie irgendwelche Folgerungen aus diesem A und dann stoßen Sie im Laufe von irgendwelchen Schritten irgendwann mal auf eine logische Falschheit. Also wir fangen an damit nachfolgen, dann machen wir irgendwelche logische Fummeleien, ich zeige Ihnen dann, das kommt erst im nächsten Abschnitt dann bei der logischen Äquivalenz, wie man das macht, also wie man da so rumfummeln kann, dass man dann also da logische Folgerungen rausziehen kann. Ich hatte Ihnen das mit den Schritten schon einmal vorgeführt, ohne da genauer davor eingegangen zu sein drauf. Also nehmen wir an, wir machen also Folgerungen und dann stoßen wir irgendwann auf eine logische Falschheit. Was heißt das? Nun ja, das heißt ganz klar, dass dann das A selber eine logische Falschheit sein muss. Und zwar deswegen wäre A keine logische Falschheit, dann könnte man keine logische Falschheit daraus ableiten. Wenn A keine logische Falschheit ist, dann kommen Sie nie daraus, wenn Sie korrekte Schlüsse machen, zu einer logischen Falschheit. Das kann nicht sein, logische Falschheiten folgen nur aus logischen Falschheiten, aus nichts anderem. Also wenn ich jetzt diese unbekannte Formel habe und dann wende ich die Regeln der Logik an und ich komme am Schluss auf eine logische Falschheit, dann kann das nur daran liegen, dass das A selber eine logische Falschheit ist. Und das bedeutet jetzt, dass sich im Nachhinein einzelne Schritte der Ableitung illegitim sind. Einzelne Schritte. Wenn Sie jetzt die Heunigensche Regel hier anwenden, dass Sie nämlich aus einer logischen Folgerung direkt nichts ableiten können, außer logische Folgerungen. Es kann also sein, dass einzelne Schritte der Ableitung illegitim sind, zum Beispiel, wenn in der Ableitung vorkommt, B und nicht B folgt B. Denn da sagt ja Heuningen, aus B und nicht B darfst du gar nichts folgern. Auch kein B, das ist verboten. Also nehmen wir an, das stellt sich dann heraus. Das ist aber irrelevant, behaupte ich, das macht nichts. Also dieses Verbot zerstört nicht diese Ableitung als Ganzes, denn der Beweis, dass A eine logische Falschheit ist, ist ohnehin geführt. Der Beweis, also Sie stellen, Sie machen ohne darüber nachzudenken, kommen hier irgendwelche logischen Widersprüche, kommen da drin vor, interessiert mich nicht. Also ich leite einfach ab, aus dieser ursprünglichen Formel A. Wenn keine logische Falschheit drin vorkommt, alles gut. Wenn eine logische Falschheit am Schluss herauskommt, ist klar, dass das A eine logische Falschheit ist. Selbst wenn Sie im Nachhinein dann feststellen, dass nach der Heunig'schen Regel dabei irgendwelche Sachen illegitim sind, irgendwelche Schritte illegitim sind. Die sind zwar illegitim, aber es ist schon längst klar, dass es eine logische Falschheit ist. Also, da kann man jetzt auch wieder sagen, ist das nicht ein übler Trick hier, ist das nicht so ein blödes Gerede? Es scheint mir aber wirklich, also es scheint mir richtig zu sein, also da kann man jetzt wirklich andere Einwände finden, es scheint mir also so zu sein, dass der, das, was man braucht für die logische Folge, für den indirekten Beweis, ist ja, dass man bestimmte Schritte durchführt aus einer logischen Falschheit, dass man bestimmte Schritte ableitet, also einer logischen Falschheit, von der man es noch nicht weiß, ob es eine logische Falschheit ist oder nicht, von der man hofft, dass es eine logische Falschheit ist, dass man dann bestimmte Schritte durchführt, gemäß den üblichen Regeln der Logik, nämlich so, wie wenn man noch nichts wüsste, oder wie, ja, es kann ja auch sein, dass es keine logische Falschheit ist und dann verwendet man einfach die normalen Regeln der Logik. Wenn am Schluss, nach Verwendung der normalen Regeln der Logik, eine logische Falschheit herauskommt, dann kann das nur deswegen sein, dass die Prämisse eine logische Falschheit ist. Dann müssen Sie nicht mehr zurückgehen und sagen, ob nach Heuningen irgendeiner der Schritte verboten ist. Das ist völlig illegitim, weil der Bereich längst geführt ist. Das ist der Trick. Also es ist völlig egal, wenn dann jemand sagt, aber hier hast du doch was gefolgert, was du nach Heuningen nicht darfst, dann bricht doch alles zusammen. Darauf ist die Antwort, es ist irrelevant, denn du hast bereits das Ergebnis, es ist eine logische Falschheit, weil nach den traditionellen Regeln der Logik, ohne Einschränkung, von der hier einfach rauskommt, dass es eine logische Falschheit, dass die Prämisse eine logische Falschheit ist. Wäre es keine, könnte nicht rauskommen am Schluss, dass es eine logische Falschheit ist. Und dann können Sie vergessen die Schritte, also wenn die nur mechanisch richtig gemacht sind, können Sie vergessen, ob nach Heuningen'scher Regel hier irgendwas verboten war oder nicht. Es ist einfach eine logische Falschheit und das war das Beweisziel des indirekten Beweises. Es scheint mir also, dass man den indirekten Beweis nicht verliert, auch wenn man ihn sozusagen einen Hauch anders ansehen muss. Also den Mechanismus des indirekten Beweises muss man einen Hauch anders ansehen, aber nicht so, dass dieser Hauch des Anders-Ansehens die beweisende Kraft des indirekten Beweises zerstören würde. Das passiert nicht. Das heißt, man schlägt, wenn man also das akzeptiert, diesen Aspekt, wenn man den akzeptiert, schlägt man den Mathematikern das Instrument des indirekten Beweises und den Logikern, die sie verwenden wollen, nicht aus der Hand. Und das ist sozusagen ein bisschen überraschend, deswegen hatte eben auch Stephen Reed am Anfang das Gefühl, und im Moment habe ich es dem dann auch geglaubt, hatte der das Gefühl, dass in dem Moment, wo man also das akzeptieren würde, man auch das Instrument des indirekten Beweises verlieren würde. Es scheint mir aber so bei genauerem Nachdenken, dass man dieses Instrument nicht verliert und dass man von dort her keinen Gegeneinwand formulieren kann gegen diese Behauptung von mir, dass man aus A und nicht A nichts anderes folgen dürfe als logische Falschheiten. Ich merke gerade, dass man natürlich genau diesen letzten Nachsatz hier natürlich auch wieder anwenden kann, denn wenn die, also insofern anwenden kann, dass man bei dem indirekten Beweis insgesamt natürlich aus einer logischen Falschheit eine logische Falschheit folgert. Und das ist ja nach dieser Regel, also nach der, jetzt nenne ich es weiter spöttisch, heunigensche Regel, ja erlaubt. Aber dazwischen können Schritte sein, eben die nach heunigen verboten sind. Und für die müssen Sie natürlich dann sagen, wieso machen die mir dann den Beweis nicht kaputt. Und darauf beziehen sich also, beziehen sich meine Einlassungen derart, dass das insofern kein Hinderungsgrund ist, dass das Endergebnis eben bereits den Schluss erlaubt, dass tatsächlich die Prämissenkonjunktion eine logische Falschheit war, weil sonst das Ganze gar nicht hätte zustande kommen können, auch wenn ich in gewisser Weise dann die Folge des Beweises anschließend im Papierkorb schmeiße, weil ich sage, uh, da ist aber hier mal was gefolgert worden, das A und nicht A, ist ein A gefolgert worden. Aber das macht nichts. Sie dürfen diesen Fehler machen, der wirkt, also diesen Fehler dann nach der heunigenschen Regel, das macht nichts, wenn Sie den machen, weil er tatsächlich das eigentliche Beweisziel, nämlich zu zeigen, dass die Prämissenkonjunktion eine logische Falschheit ist, nicht zerstört. Das macht nichts. Es gibt manchmal in der Mathematik Situationen, wo Sie Fehler machen dürfen. Es ist also bei Approximationsverfahren ganz normal, das macht gar nichts, wenn Sie sich mal verrechnen, dann geht es halt ein bisschen länger. Aber ansonsten, wenn ein Verfahren wirklich schön konvergiert und verrechnet sich mal, das macht gar nichts, dann geht es halt die ganze Rennung ein bisschen länger. Das ist ja überraschend von dem, was Sie von der Schule her kennen. Normalerweise denkt man Mathematik, das sei absolut fehlerintolerant, so wie Sudoku. Da können Sie das lernen. Ein einziger Fehler bei Sudoku und es ist immer restlos verloren. Sie haben keine Chance. Es ist einfach vorbei. Normalerweise, wenn Sie normale Divisionen machen oder Additionen, einen Fehler, es ist vorbei, es ist falsch und bleibt falsch. Es gibt Verfahren in der Mathematik, wo es nichts macht, wenn Sie sich mal verrechnen. Ein bisschen, nicht zu viel, aber ein bisschen. Dann geht nur die Rechnung ein bisschen länger. Das war, wie ich das erste Mal gehört habe, in der Mathematik war ich auch etwas überrascht. Aber sowas gibt es auch. Gut. Also, das sind die Paradoxien der Implikation. Ich möchte damit diesen kleinen Exkurs hier mit dieser Überlegung beenden. Ich mache Sie noch mal darauf aufmerksam, das ist wirklich eine absolute Minderheitenmeinung innerhalb der Logik. Ich habe es Ihnen deswegen vorgeführt, dass Sie sehen, dass Sie sich, sobald Sie sich außerhalb jetzt des Formalismus der Logik bewegen und über so einen Formalismus nachdenken und fragen, ist der eigentlich angemessen, also eine angemessene Theorie der Logik, des logischen Schließens, dass Sie dann in Fragenbereiche kommen, die einfach markant wirklich philosophisch sind, in dem Sinne, dass man sich mit schwierigen Grundlagenfragen beschäftigt, die außerhalb oder vor den Formalismen liegen, in dem einen Sinn, und zum anderen, die insofern sind, dass Sie dieses typische Zeichen philosophischer Kontroversen tragen, dass es unglaublich schwierig ist, sich dort schlagende und wirklich letztlich überzeugende Argumente einfallen zu lassen, dass es dann immer wieder Gegenargumente gibt und es einfach irgendwie nicht so zu einem Abschluss kommt. Wenn Sie dieses Phänomen anschauen wollen, dann sind einfach wirklich die Dokumente dessen vom Anfang der Philosophie, das sind die platonischen Dialoge, die sind extra so gemacht, dass Sie sie mitnehmen auf eine solche Reise von Argumenten und Gegenargumenten, deswegen sind die in Dialogformen geschrieben, dass Sie einfach dort mitgehen können und Sie dann am Schluss, entweder Leute laufen zwischendurch davon, weil sie finden, also da gehen ja welche weg aus den Dialogen, weil sie nicht mehr wollen, weil sie die Schnauze voll haben von dieser blöden Fragerei und dann den Antworten, dann werden die wieder zerpflückt, aber dass Sie einfach in einer Situation dort sind, eines Dialoges, der einfach nicht wie ein Hollywood-Film ist und ein Happy End hat, sondern der immer ein Unhappy End hat, wo Sie dann dastehen und dann sagen, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber das ist so in der Philosophie, das ist einfach die Erfahrung der Philosophie, die dann immer wieder, auch in den neuen Gebieten, immer wieder aufbricht, dass man dann in Gegenden reingerät, wo man nur dasteht, den Kopf schütteln kann und, naja, ich weiß eigentlich nicht so recht, wie es jetzt weitergehen soll oder wie das jetzt ist. Und dann kann man eventuell wieder einen Schritt wieder Klarheit gewinnen und dann müssen Sie nur 10, 20 Jahre warten, manchmal auch nur drei Wochen und dann ist die Klarheit auch schon wieder zertöppert. Dann können Sie wieder weitergucken. Also das ist so, wenn man Freude hat an Philosophie oder wenn man an solchen Situationen, wenn man solche Situationen nicht ausstehen kann, also solche Situationen der Unsicherheit und zwar der bleibenden Unsicherheit, dann ist man in der Philosophie sozusagen, da macht man sich nur unglücklich mit Philosophie. Wenn man sowas aushalten kann und eventuell den Fragen eben weiter nachgehen kann, dann ist man bei der Philosophie an einem ganz guten Ort. Also da kriegt man sowas immer. Das hört auch nicht auf. Der stärkste Einwand hier gegen meines müsste sein, also da müsste jemand ja mein Argument kaputt machen und der müsste begründen, weil man im Prinzip mit der Nicht-Ampliativität der Logik einverstanden ist. Also das ist ja auch einsichtig, oder dass in der, wenn es einen Wahrheitstransfer ergibt, dass der natürlich nur dadurch zustande kommen kann, dass in der Konklusion nichts drinsteht, was nicht in irgendeiner Weise schon in den Prämissen drin war. Das ist ja auch wirklich einleuchtend. Das ist ja das Formale auch, oder der formalen Logik. Deswegen gibt es darüber auch keinen Widerspruch. Dem stimme ich auch vollkommen zu, selbstverständlich. Logik ist nicht nicht-Ampliativ. Das liegt an dem formalen Charakter der Logik. Sonst würden Sie niemals verstehen, wieso es zwingende Schlüsse geben kann. Das liegt dann nicht-Ampliativ. Das heißt, wenn mein Argument sich hier auf die Nicht-Ampliativität stützt, dann muss ein klassischer Logiker sagen, das stimmt nicht, wie du das Wort Ampliativ hier verwendest. Und ich habe es Ihnen ja auch schon gesagt, dass man dann sagen kann, Moment, worauf bezieht sich denn die Nicht-Ampliativität normalerweise auf den Gehalt, also nicht normalerweise, die bezieht sich auf den Gehalt, also auf die Proposition, auf das Gesagte, auf den Gedanken. Während ich ja die Nicht-Ampliativität nicht bezogen auf den Gedanken wirklich sage, sondern ich sage, pass auf, was immer der Gedanke ist, der logischen Falschheit, also was immer eine Proposition ist, die eine logische Falschheit ist, von der ich natürlich womöglich dann sagen würde, ja, muss ich mal überlegen, was ich da sagen würde. Naja, ich weiß es nicht. Ich sage auf jeden Fall, eine Proposition, die eine logische Falschheit ist, kann nicht verwendet werden, um eine Behauptung zu machen. Das haben wir gesehen, oder das ist jedenfalls mein Argument. Und das A, das du daraus rausholst, also bei A und Nicht-A, das A, das du dort rausnimmst und daraus folgst, ist aber etwas, mit dem du eine Behauptung machen kannst, also ist der Schluss Ampliativ. Und darauf muss der klassische Logiker dann sagen, das stimmt nicht, dass das Ampliativ ist, denn das A ist in dem A und Nicht-A eben drin. Und würde mir dann wahrscheinlich sagen, du überinterpretierst die Konjunktionen, oder so irgendwas. Ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert bisher. Aber es ist völlig klar, dass jemand dort, der jetzt sagt, also das passt mir ja nicht, der muss bei meinem Argument dafür, an der Weise, wie ich mit der Ampliativität umgehe, muss er ansetzen. Das ist ganz klar, weil das der Kern meines Argumentes ist. Und dann wird es wahrscheinlich, wird es darauf hinauslaufen, auf die Frage, was ist der Status von Propositionen, die logische Falschheiten sind. Sind das überhaupt noch Propositionen? Und dann wird es, also, dann wird es aber ganz schlammig. Dann wird es grässlich. Also, ich nehme ja noch was sozusagen heraus, was man sozusagen fast noch anfassen kann. Ich sage, ja, jetzt mach doch mal eine Behauptung mit dem logischen Widerspruch. Das geht doch nicht, du behauptest doch gar nichts. Aber behaupten ist bereits etwas. Behauptungen sind bereits Sprechakte. Das heißt, das sind besondere Verwendungsweisen von Propositionen. Und deswegen muss natürlich die Proposition selber schon irgendwie anders sein. Und dann geht es eben um die Frage, um was für eine Sorte von Proposition handelt es sich bei logischen Widersprüchen. Ich muss wahrscheinlich behaupten, das ist eine Sonderform von Propositionen. Wahrscheinlich muss ich sagen, es ist gar keine Proposition. Dann gibt es aber auch wieder Ärger, wenn ich das behaupten würde, denke ich. Also, wenn ich dann sagen würde, es ist gar keine Proposition mehr, dann verliere ich dort den Gegenstand der Logik. Das gibt auch Ärger. Äger. Also, ich weiß nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Es ist, es wird auf jeden Fall ziemlich trübe alles, was dann passiert. Womöglich, also womöglich ist es auch so, dass mir dann jemand zeigen kann, dass ich behaupten müsste, nicht A und nicht A ist überhaupt keine Proposition, dass ich dann die ganze Logik verliere. Und das wäre natürlich auch schlecht, dass man also eventuell in diesen sauren Apfel beißen muss. Und dass dann jemand sagen würde, nein, womit du kommst, das ist eine pragmatische Perspektive, da hat in der Logik gar nichts zu suchen. Das Ampliative bezieht sich ausschließlich auf die syntaktische Ebene. Und syntaktisch ist natürlich klar. Also, syntaktisch bedeutet, wenn ich nur die Regeln anschaue, also nichts denke, dann ist natürlich das A in A und nicht A drin. Ja klar, dann hole ich es halt wieder raus, doch nicht im Ampliativ. Und nur die Tatsache, weil du jetzt da mit deinen Behauptungen kommst, bringst du sowieso einen sachfremden Gesichtspunkt mit ins Spiel, nämlich einen pragmatischen, den der Logik gar nichts zu suchen hat. Deswegen ist auf der Ebene des Formalismus alles in Ordnung. Und womit du hier kommst, ist dann lediglich ein Gesichtspunkt, den man ja auch sonst auch schon kennt, dass man einfach mit widersprüchlichen, mit widersprüchlichen in der Logik vorsichtig sein muss, sondern dass man einfach ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Und du gehst gar nicht ins Herz der Logik, sondern bist eher auf der Ebene der Pragmatik dann. Und in Wirklichkeit machst du gar nicht, was die Logik selbst betrifft. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ein Logiker in die Richtung geht. Und das müsste ich mir dann nochmal weiter überlegen. Man kommt auf jeden Fall, wie man geht in Bereiche rein, wo es dann nicht ganz klar ist, was das wirklich Einschlägige ist und was das nicht Einschlägige ist. Und wie gesagt, das ist typisch für solche Arten von Kontroversen in der Philosophie oder auch in der Philosophie der Logik, dass man dann in so ganz schwierige Abwägungsprobleme reinkommt, wo man dann sehr schwer dann wirklich ein hartes Urteil fällen kann. Also ich behaupte auch überhaupt nicht, dass das das letzte Wort ist, was ich hier sage. Ich sage Ihnen, es ist eine Ausmöglichkeit, dass ich übermorgen einen Philosophen der Logik treffe, der mir drei Sätze sagt und in der nächsten Vorlesung kommt dieser Teil nicht mehr vor. Ich kann ihn ja ausschließen. Es ist kontrovers, ob die Aussagenlogik eine adäquate logische Theorie ist. Das ist der große Streit, der jetzt seit vielen Jahrzehnten geführt wird. Eben dafür sind bereits diese Paradoxien der Implikationen also ein Beispiel und es gibt eben weitere Schlüsse, bei denen dann auch der Streit ist, auch unter den nicht klassischen Logikern, ob man die akzeptieren sollte. Klar ist etwas, auch da sind sich jetzt wirklich wieder alle einig, dass außerhalb der Paradoxien der Implikation diese Aussagenlogik, so wie ich sie Ihnen vorgeführt habe, hervorragend funktioniert. Das funktioniert wunderbar, das können Sie programmieren, es ist auch mathematisch, also extrem einfach, das ist alles endlich, alles ist in endlich vielen Schritten erledigbar, das ist wirklich also ganz, ganz einfach und wunderbar und geschlossen und alles. Man sollte aber vorsichtig sein, wenn man aus den, dass man aus den Paradoxien der Implikationen falsche Schlussfolgerungen zieht. Und dort ist etwas sehr verbreitet, also viele Leute, die in der analytischen Philosophie arbeiten, also die nicht primär unbedingt Logiker sein müssen, sondern einfach die Logik immer wieder als Instrument benutzen, die haben diese Paradoxien der Implikation vollkommen absorbiert als normaler Teil der Logik. Die nehmen überhaupt keinen Anstoß mehr dran. Jedenfalls reden sie so. Und dann finden sie zum Beispiel Folgendes, was sie in der Wissenschaftstheorie immer wieder lesen können, dass logisch inkonsistente Theorien werden in den Wissenschaften vermieden, weil man beliebiges aus ihnen folgern kann. Das ist etwas, das finden sie in Wissenschaftstheorie Lehrbüchern. Und sie sehen, dass hier natürlich bei dem Begriff der logischen Folgerung unterstellt wird, der Begriff der logischen Folgerung aus der klassischen Logik, von dem wir die Aussagenlogik kennen. Das gilt natürlich, wenn sie unter logisch folgern, dass jenige verstehen, was hier die Definition von logischer Folgerung war. Wenn sie das nicht unterstellen, gilt das möglicherweise nicht. Aber das wird in vielen Kreisen der heutigen analytischen Philosophie, wird das klaglos und ohne Bewusstsein von Problemen unterstellt, weil die klassische Logik dermaßen die Orthodoxie geworden ist, dass die viele Leute überhaupt nicht darüber nachdenken, sondern es ist einfach klar, das ist gegeben und das ist so. Aus. Also sie finden ohne das geringste Augenzwinkern oder Zögern solche Sätze, wo sie sehen, dass jemand nicht im Bewusstsein hat, Moment mal, aber es gibt auch Logiken, die dort anderer Meinung sind, dass man sowas gerade nicht sagen kann. Also die Begründung, warum logisch inkonsistente Theorien in den Wissenschaften verbieten werden, die Begründung dafür, weil man beliebiges aus ihnen folgern kann, die ist natürlich nur korrekt, falls die logische, falls die klassische Logik zugrunde gelegt ist. Ich stimme ja zu, dass in den Wissenschaften inkonsistente Theorien, dass niemand die besonders gerne mag. Aber ob das deswegen ist, weil man beliebiges aus ihnen folgern kann, ist eine völlig andere Frage. Wenn Sie beispielsweise Physiker fragen, warum sie die Bohrsche Atomtheorie nicht mögen, dann ist einer der Gründe, also abgesehen davon, dass es eine viel bessere Theorie gibt, einer der Gründe ist, dass diese Bohrsche Atomtheorie inkonsistent ist. Viele physikalische Theorien sind viel inkonsistenter, als man es gerne hätte. Da sind ein paar Teile drin, die bei genauem Zustand nicht ganz zueinander passen. Das ist so. Also auch die klassische Elektrodynamik, wunderbare klassische Theorie ist, wenn Sie genau hinschauen, das ist ja letztendlich inkonsistente Theorie. Und das hat man nicht gern in der Physik, aber nicht etwa deswegen, weil man alles aus ihnen folgern könnte, denn niemand würde aus der Bohrsche Atomtheorie beispielsweise folgern, dass der Mond auf grünem Käse besteht. Und das wäre aber eine zwangsläufige Folgerung, wenn Sie die klassische Logik akzeptieren. Wenn Sie also die Bohrsche Atomtheorie akzeptieren, dann müssen Sie auch akzeptieren, wenn Sie klassischer Logiker sind, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Weil die Bohrsche Theorie inkonsistent ist. Und sobald Sie A und nicht A akzeptieren, müssen Sie ja auch beliebiges B akzeptieren. Zum Beispiel, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Sie werden aber keinen Physiker auf der ganzen Welt finden, der sagt, ich akzeptiere die Bohrsche Atomtheorie, ich weiß, dass sie inkonsistent ist und deswegen akzeptiere ich auch, dass der Mond aus grünem Käse besteht. Ebenso wenig, wie jemand daraus folgert, weil die Bohrsche Atomtheorie inkonsistent ist. Deswegen weiß ich auch, dass die Lichtgeschwindigkeit eine universelle Naturkonstante ist. Also ich hoffe, Sie sehen den Unterschied. Dieses hier ist falsch. Der Mond besteht nämlich nicht aus grünem Käse, falls Sie also in Astronomie zu wenig wissen. Aber die Lichtgeschwindigkeit ist jedenfalls nach gegenwärtigem Wissen eine universelle Naturkonstante. Niemand, der normal denkt, der eben nicht ein Logiker ist, käme auf den Gedanken und würde behaupten, dass hier irgendein Zusammenhang besteht. Normale Menschen ziehen aus inkonsistenten Theorien keine beliebigen Folgerungen, obwohl die klassische Logik es erlaubt. Deswegen sind die meisten Leute in ihrem normalen Leben keine klassischen Logiker. Also soweit sie überhaupt mit inkonsistentem Zeug konfrontiert werden. Dazu machen Sie Übung 217. Untertitelung des ZDF-Mos. . Vielen Dank.